Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rainbow Sixie Mit Dino Ja, Morgen Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten? We wish you America's Christmas So, meine Damen und Herren, das ist das letzte Rangmatch, bevor wir eine Rangvergabe bekommen Und ich bin sehr gespannt, wird es Kupfer 4 oder Kupfer 3 sein? Also, was deiner letzten Folge los war, ne? Ah, Tobin, aber was deiner letzten Folge los! Einfach nur grotten schlecht Ja, grotten schlecht, wir haben gewonnen! Ja, Alter, das geht besser, man! 20-0! Ja, mehr Kills! Also, ich hab von mir mehr erwartet! Ich hätte die 20 Kills anstatt 19 erwartet! Spaß, hat ja gar keine Lust! Entweder dein Handy oder mein Handy ist zu nahe! Mein Handy! Sorry! Ich hab trotzdem meine Handy weggeschmissen! Drogenlammer! Ich mag diese Map nicht! Ich weiß es nicht! Ja, auch nicht! Ich dachte, sie wollten sie rausnehmen! Also, aus dem Rangmatch wird schön! Und letztens die Ehre, wieder Flugzeug zu spielen! Auf! Ja, ey! Flugzeug, ja! Weißt du, wie selten ich sie bekomme? Bitte was? Weißt du, wie selten ich sie bekomme? Die kriege ich... Ja! Wenn ich offline gehe, ne? Kriege ich sie! Die letzte Map! Ich weiß nicht, ob die da... Ob die diese Maps, äh, nach Zeit getan haben oder so... Aber dann kriege ich sie aber auch nur Abend! Also, in Abend-Style, weißt du? So, night! Ey, leg mal dein Handy weg, Mann! Mir Khalifa kann dir noch später schreiben! Was? Mir Khalifa! Do you know, äh, where's... äh, who is Mir Khalifa? Nee! Entschärfer muss drücken! Dino guckt immer gerne Pornos! Mit Hunden und Katzen! Hunde, Katze, Pornos! Dein Lieblingsthema! Ja, oder guckst du eher Bullen und Pferde, oder was? Scheiße, ne? Wolf und Schaf! Der Wolf im Schaf fällt! Die Muschi im Schaf fällt! Die Muschi im Schaf fällt! Die Arschmuschi! Boah! Ihr spritzt mir die Arschbacken schön voll! So klar! Ah, 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 ah! Dass wieder einer vor mir rumtanzt, wenn ich schießen möchte, ne? Oh, ich spritz mir jetzt schön die Arschbacken voll! Ah, 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 ah! Kennst du das noch? Ich hör aus dem Kira! Hast du das nicht gehört von... Fast tot! Ich hab noch keinen gesehen, fast tot! Jeeey! Ich hab auch nicht! Ich hab auch nicht! Was dingst du von mir, ey? Dingst du von mir? Ich bin Hitler, oder was? Ich hab Angst, dass Cabrera kommt, irgendwo! Wo ist denn die Schlampe? Wo ist denn die Arschgeburt? Wo ist die Arschgeburt? Ich will die Arschgeburt, Arschgeburt! Wo ist die Latina? Ist ja eine Latina, ne? Wie heißt die kommt? Die werden sterben! Ah, deine Schuld! Nee, ich meine... Tschöme, du! Ich bin schön nach oben gerannt! Blöd! All I want for Christmas! I hate you! All I bitch! All I fuck for you! I fuck your mom for you! Wut? Du bist die Arschgeburt, ne? ich komm rein, warte 10 Sekunden übrig ich komm rein, warte 10 Sekunden übrig Blende Blende Entschärfer ist aktiviert Beschützt ihn um jeden Preis Oh, was denn fällt We wish you a man of Christmas 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 Hmm Pachanka Spaß Ist das lädt bei mir noch? Hä? Wir sind jetzt los Alles klar, Russen Damit hatte ich eigentlich gute Erfahrungen gesammelt Aber in einem Rang P90 Ich probiere es Vielleicht immer noch bei mir Kannst du mal aussehen? Bei mir machst du nichts Alles klar, du hast nur immer ein Opera Bei uns stehst du eigentlich so eine Lücke Und hast du eine Lücke? Nein Hm Vielleicht kannst du gleich aussehen Das hat mir auch ein lockerer Weißt du noch? Wo manche einfach da so rumstanden Und dann so dachten Hey, warum hat der überhaupt nichts? Nicht mal Rekrut oder so Und dann so Ähm Die Bomben sichern Kein Mensch versteht seine Sprache Aber er schreibt immer noch weiter Nein Nein Nicht dazu Mann Machen wir das dazu Das wär's nicht Jammert hier Please open Warum ist mein Spiel jetzt schon wieder ges- Nicht geschlossen Äh, du bist so witzig Nividia Äh, äh Bist so witzig Ihr verliert sie aber nicht livestream Hier brauchen wir einen von dir Eine, eine Kästetür da Hey, meine Damen und Herren Ewig weit aus Versprechen Auseinander Oh, wenn du so spät, ey Du bringst das wieder unnötige Sachen platziert Ich kenn, frag, bitte Ich kenn mich damit aus Hm Ich mach dir jetzt hier eine frei Und dann sag ich dir, wo du sehen tun sollst Okay Wofür bist du am Arsch der Wind, du Huren? Äh, Entschuldigung Äh, der Gurkensalat Wie ist denn der gestorben? Und, warte Ja Na, guck mal, war der Nee, nee, kein Geh mal bei dir übrigens Treppe runter Ja Sehr Kleine Schlampe, ey Digga Macht mir nach Nachladevorgang Ich kann mich selber wiederbeleben Du Ich bin selber wiederbeleben, du Dachtest, ne Du kleine Schlampe, du Es ist zuvier übrigens und ich Brauchst Hilfe? Ja Ist ein Meer Ich bin du alter Schwede Ich mach's Was machen die denn? Schieß einfach ins Leere Ich hab Die Wiederholungscam angeguckt, ne Hat mich nur einmal getroffen, aber ich bin tot Und hatte 100 volles Leben Das Missgebot ist ja schon drinne Ich kann auch ins Leere schießen Magazinwechsel Du Was ist hier los? Kriegsfeld Call of Duty Von mir gerade Von mir gerade Spinnen wir überhaupt Alter, die Flinte geht schon ordentlich ab, ne Psspsps Gehen wir nach Rainbow Fünfzehn Sekunden noch Moin Ist das jetzt Rain oder Call of Duty? Ich hab immer noch null Ja Er hat mir der Flinte ein Schuss und der andere ist down, ne Ja, ist er auch Ja, warum hat sie wohl nur zwei Schuss? Ja, war sie ja nicht umsonst, oder? Ne Soll ich mal Blitz spielen? Nein, lass es Schlimmste Lass es Du kannst jeden anderen spielen, aber lass es bitte Na okay, die hätten wir in der letzten Lockerrunde gebraucht Weißt du noch? Das wäre perfekt gewesen, aber Wir müssen eine Bombe aufspüren Ah, Blitz ist wirklich schlecht geworden Also jetzt haben sie ihn ja noch schlechter gemacht Du kannst ja jetzt noch nicht mal So schnell laufen wie vorher Jetzt läufst du ja noch langsamer Wie ein Dreier Operator Also, ich meine jetzt so Du läufst mit dem Schild Aber dann hast du drei Operator Also, nicht mehr Nicht mehr Zweier, sondern Jetzt Dreier So Ja, Dreier, ey Magst du Dreier? Ja Warum sind die eigentlich schon Aber ich finde sie manchmal schon ein bisschen zu langsam dafür, ne? Ich finde 3er schlimm Ich finde die zu langsam Mach lieber 5er Gäng bäng Gäng bäng 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 Geh zurück, geh zurück Wait Wait Du hast eine Cam? Ich habe selber eine Cam aber ich Warum nicht? Ja Äh, ist all right Hoffe ich zumindestens Hoffen wir doch mal zumindestens, dass hier nichts ist Ne, mein Damen und Herren Jetzt erstmal schön mit Camp vorgehen, weil ich wollte einfach nur Thermard reinlocken So Wo denkst du ist Caveira? Ist hier oben? Durch ist hier oben Immer oben Durch ist hier oben Ja, danke schön, danke zu 4 Caveira's Geschichte Pack-Vorgang eingeleitet Ich habe ihre Übertragung Ähm Zeit, eine neue Tür zu sprengen Sprengladung vorbereitet Dino? Mhm, bis jetzt läuft's, oder? Naja Doch Lebt doch noch Solange du nur noch lebst und der Schwanz steif ist, ist alles gut Dat sagte mir mein alter Sensei Was? Das genau ein Sensei sagt mir Ja, solange der Schwanz steif ist und er noch Frauen befriedigen kann, ist alles gut Fünfzehn Sekunden Okay, mach hin Ja Allah, what the hell? Solange noch die Mumu Lente Lente Ich hab doch gemessert die Missgeburt Ich bin da eben Ich stand da fünf Minuten hin, ne? Aber ich hab nichts gemacht, warum hab ich mich erschossen? Ach egal Kennst du so, ich Kennst du so, ich stand, aber es hat einmal gehangen Ich hab eigentlich schon lange gemessert Aber nein Aber sie war irgendwie blöd Das ist schon wieder ne Nachricht von mir Nicht da, lass mal um Schlafbereich oder Kinder Kinder oder was weiß ich vor das ist Ich kenn halt die Map auch ne Ich kenn die Map auch ne Ich kenn die Map auch ne Ich kenn sie nicht, also ein Punkt kenn ich Drogenlabor und Und Imitationsraum Das hab ich jetzt schon ein, zwei Mal gespielt, aber In anderen Räumen Das ist aber auch schlecht, das siehst du ja jetzt Das kannst du kaum halten, weil du auf der anderen Seite Kannst du von drei, vier Seiten kommen, ne? Ja, ich bin, ich bin allein Wie gesagt, ich bin hier Guck, das, das hab ich jetzt echt oft gespielt Hier haben die meisten verkackt Weil sie, weil es eben halt Es gibt, es gibt paar Eingangspunkte Die sind aber immer alle kritisch abgesaved Äh, I needed, äh, Open Open Hast du Granaten oder so? Ich hab nicht schon können, ja Hier mach mal Alet auf, was du kannst Alet Hinter dir Auf Please open Und schon wieder Ist mein Scheiß NVIDIA angegangen, ey Fick dich, du Arschgeburk Denzer Lili Entschuldigung, dass ich sowas gesagt hab Meinen kleinen Kindern Ich hab das nirgends erwähnt Meinen kleinen Kindern Meinen kleinen Kinder Meinen kleinen Schokoharsen Ja, es reicht, Dino, Dino Hehehe Schön, dass du hier zugemacht hast Du weißt schon, dass du hier in die Lobby reingucken konntest Du hast ne Brille gemacht Du hast ne Brille gemacht Du hast ne Brille gemacht Ich kann noch nicht sehen Doch ein bisschen Nicht viel Ich hab hier ne Smoke außen, ne? Bei dir Hier, wo ich gucke Mh Mal kurz Nur noch die Cam Gebt die noch? Ich höre Schritte Aber ich seh sie nicht in der Cam Ich wurde entdeckt Ah, Cam ist hinter dir Hier irgendwo unten Ich bin Ich bin wieder entdeckt Ja, die kenn ich Warum wurde ich denn nicht entdeckt? Was macht das für... Hä? Was für ne Logik So, die Luke wurde gemacht Geh da weg, geh da weg Dein Tod Geh da weg Weil das hat keinen Sinn Du wirst eh nicht Niemanden töten Außer du hast selber Blackbeard Schild Geh mal, geh mal in die Luke Leg dich da mal hin, bitte Leg dich da mal hin, bitte Ja Ich geh... Ich geh... Na ein bisschen hier an diese Luke Da Luke, das glaub ich da Geh mal in die Luke Leg dich da mal hin, bitte Ich kann nicht nicht Egal, egal jetzt Dann zeigt's Ich würd dich ja gern Overheal Ich hab mich gehealt Weil ich dich gehealt hab Die sind halt voll wo ich bin, ne? Mein Problem Ja Nur noch 15 Sekunden Ein Gegner verbleibt Zeit läuft in 10 Sekunden ab 5 Sekunden übrig Er ist drin Bringt dem aber nichts Weil er nicht den jetzt schärfer hatte War ne gute Runde Ja, 4-0 ist meistens nicht schlecht Ich hab zwar nicht viel beigetragen, aber Du Ja, klar, man Nur fürs Let's Play Wir haben's unter... Wir haben's perfekt bei 20 Minuten geschafft Mal gucken, was ich jetzt... Wie ich jetzt eingerankt werde Eingerankt Wir haben gegen Goldspieler gewonnen Wir waren alle unranked Und? Und? Was werd ich? Ich werde Gold 3 eingerankt Besser kann's doch nicht werden, oder? Gold 3 Ist immer noch nach oben Aber ist gut Gold ist immer 3 Hahaha Schlecht Also, ich würd sagen Wir verabschieden uns für heute Wir haben eine 20 Minuten... Runde hinbekommen Wir haben... Ich bin Gold 3 jetzt eingerankt Und, äh... Die letzten 2 Videos Easy win, ey Außer die letzte Folge Die... die... Boah, was für lange die war Ich glaub eine Stunde oder so Stundenvideo, ey Grausam, grausam Aber... Ich würd euch dann sagen Äh... Wir sehen uns zusammen bei nächstes Mal Und ich hoffe euch hat das Weihnachtsspecial gefallen Von mir und Dino Von mir und Dino nochmal Frohe Weihnachten Und, äh... Habt ein schönes Fest Geht mit Freunden hin Geht mit der Familie Macht was ihr wollt Schreibt... Schreibt in die Kommentare Was ihr gegessen habt Was ihr getrunken habt Wie ihr gekackt habt Habt ihr den Weihnachtsmann gekackt Weißt du weiß ich Wünsch euch noch ein frohes Fest Oder Dino Oder Dino Ja... Wir haben ja auch noch Frohe Weihnachten Schönes Fest Und... Vielleicht sieht man sich nochmal... Hört man sich nochmal vor Silvester Jo... Ne... Auf jeden Fall auf meinem Channel Bis zum nächsten Mal Ciao